Also ich hab dich ja unentschieden vor ein paar Jahren. Hey Astrid! Mensch, ich hab dir doch eine E-Mail geschrieben, aber hast du nicht geantwortet. Hey, wer bist du denn? Was ist denn? Geh weiter. Ist doch meine Kollegin. Ja, das macht nichts. Ist auch morgen noch Kollegin. Tschüss. Danke. Gerne. Meine Güte. Nervt mich schon die ganze Zeit.